Hey nein, mach erstmal Wettkampf! Wettkampf! Erst bei Deathmatch! Erst bei Deathmatch! Homeless man, wie ist das? Homeless man! Homeless man! Junge, geh mal auf Wettkampf! Ich bin nicht wieder und shut your b****s ab, man! Homeless man, was hier ist! Du dominierst ihn ja richtig! Was für dominierst du, Junge, als Maul! Ich kann einfach so ein neues Wort, Digga! No, ich hab dir zurückgesnappt, ja? Jetzt Maul! Aber warte, ich muss gerade Snap schicken, ich kann jetzt nicht! Er muss Snap schicken, er kann nicht! Außerdem, warum haben wir kurzes Spiel und kein langes? Hast du jetzt wirklich Rundsnap gemacht, Ertan? Ja! Oh my god, oh! Warte, ich mach jetzt auf, warte! Das ist Nuke-Bahn! Lass auf! Warte, nicht nur Nuke! Lass auf! Ex... Äh, NC... Was ist... Warte... Exen! Exen! Achso, wie viele können wir? Drei! Zwei! 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 Jungs, da oben steht's! Ah! Zwei Karten-Bahn! Mitlesen, bitte! Can you... Ihr seid doch verloren! Ihr seid verloren, Leute! Effe! Kannst du aufhören, Effe nachzureden? Nein, Effe hat's mir erlaubt! Nochmal zu dieser Sache, ob's stimmt! No! Ich hab Effe gesagt, nicht Ben, ja? No! Die sind da! Die sind da, Alter! Und wir auf, trainierst du? Alter, schieß! Nein! Nein! Achso, ich hab immer keinen Schau! Na gut, dann... Ja! Dann können wir ja nicht schauen! Ja! 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 Bomb ist hier! Bomb ist hier! Bomb ist hier! Ich ne Schüttern! Digga, Ertan! Ertan, warum aimst du auf die Eier von dem Jungen? Ja, Junge! Du aimst auf deine eigenen Eier mit deinen Füßen! Was? Was? Er hat ein ganz großes Fragezeichen! Ja, frag dich mal, wie er Schneidersitz macht, ne? Hä? Was für Schneidersitz? Ich hab's da... I'ma finale mit denen ist! Ich habe bestimmt 먹то ein paar Wurde literary, meine اس daran die Wiewolf aus zu erhalten! Schen moet mal die esses. Ich werde mich machen... Dann läch Du siehst nur... Also wenn du auch! Sieh, hier sich schnellgaschen kaputt hast, oder? Sieh... Pressuell ist schlecht... ... Ich höre am golli! Ab... Aber hier wird alles Philadelphia get armiert. ooooh oh man, you should have seen me I make like shut up man defuse, defuse, defuse man ja, er lässt den einfach alleine da ist das Problem er ist defuse man so genießt man das Leben, arme Nacko du musst mich fragen, ob du raus hast ok kann ich nicht mitkommen? nein, du darfst nicht mitkommen bei mir und Mädchen läuft richtig gut, digga er hat grad geflogen er hat grad geflogen, ne? alle, ich hab verkackt was ist ein avian? das ist gut ey, was ist gut was war das? da war einer, ich guck mal da war einer ey, mach das mal weg, ich kann nix sehen ne echo 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 ja, ich hab kein Geld, Junge ich hab kein Geld jawoll in seine Fresse, Junge du hast einfach umgepumpelt mit seiner Munition äh, Bombe wo ist von der Ritzen-Duft? jawoll ich hab Revolver ihr könnt alle n Revolver haben ihr habt uns nicht boah, dankeschön boah, machen wir Revolver ey, Apple, komm mal kurz mit und jetzt, ihr müsst aufpassen ich reiß jetzt mit Revolver Apple, komm mal kurz mit ich krieg keinen Revolver ich hab kein Geld mehr du magst keine Revolver? vertrau mich, ich bin Türke alle, woher wusste er? actually Digga dieser Drecks der Übnesohn dieser... schwarzen Bastard schwarze ich? nein bravo bravo wooo wooo jungs 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 ja ähm ja jungs ah ahhh wooo so aah 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 Eppe, Eppe, Eppe! Wo ist Gurkan, Junge? Kannst du auf deinem Arsch sprayen. Ich bin mir jetzt hier rumgegangen. Achso, soll ich gewinnen? Ah! Das ist Rank, Junge. Für euch ist es gut, ihr habt eh keinen mehr Rang. Ich verliere meine, ich verliere mich. Du würdest mich gerne anschießen, aber kannst du mich, weil du da auch gespannt bist. Was bist du? Oh Scheiße, ich steh unter Feuer! Scheiße! Ey Leute, eigentlich, das Ding ist auch, wenn wir richtig scheiße spielen, könnten wir halt noch gewinnen. Ich geh kurz pissen, bis jetzt. Ja, hau rein. Viel Spaß. Aber warte, hey, du musst hier Dixi-Klo gehen, damit es schon RP-konform ist. Hallo! Er ist gedroppt! Benutze das Visier! Oha! Ja, Jungs! Er hört einmal auf die Eiffel, Jungs! Der hört einmal auf die Eiffel, Jungs! Ja, Jungs, schieß nicht auf die Eiffel, schieß nicht auf die Eiffel! Ja, alles klar. Ertan, wo bist du? Du hast deine Fraktion alleine gelassen! Das ist die Eiffel! Der hatte andere Fraktionskleidung. Das ist eigentlich Regelwerk. Eigentlich müssen die Fraktions-Situation aufgelöst. Ey man, er hat sich mal gepflatzt! Oh mein Gott! Ja! Das ist dein linker Finger, wo es ein R! Guck mal, so richtig! Nimm mal! Leute, hier sind Flammen! Ich lauf einfach durch! Oh, lauf durch! Ich bin tot! Kann's hinten sein, ne? Ja! Das hört sich! Das hört sich! Hör auf zu markieren! Hä? Achso! Du hast doch eh nix auf die Eiffel! Ey Junge, warum kommt der direkt hierher? Dieser Robins! Sorry! Ich hab eh Pass! Dein Spaß! Ich als schwarz! Bist du schwarz? Gott sei Dank! Ey! Ey, ich hab ne Kiste! Erstmal Paint direkt und aufmachen! Acho mal! Ich hab ne Kiste! Ich hab ne bauten! Ich hab ne Kiste mit dir! Ich hab ne Kiste! Also lass mich! Ich hab ne Kiste! Ich hab ne Kiste! Bis zum nächsten Mal.